ja ja ich hab' einen Spockpaar Juli, wo bist du? Ich seh' dich nämlich nicht mehr Ich hab' schon wieder einen Spockpaar Keine Ahnung, woher ich die Kohle hab' aber egal Oh, okay, ich weiß, wo du bist Hast du das BOOM gehört? Ja Hm So, ich muss jetzt irgendwie die Lava hier wegbekommen Hey, wo gehst du hin, ey? Weil hier ist schon wieder ein Smaragd-Junge Ich bin von mir Cole Oh, ich seh' Eisen Hier legt ein Smaragd rum Ja, hier bin ich auch, glaub' ich hör' dich ja nicht und ein Zombie Hey, ich schreib' grad' in Facebook, du hast geschrieben Ja Ja Okay, alles klar, Juli Hirsch Ich hab' zu Diamanten, aber wir finden tausend Sporn auch Ja Okay, warte, warte Ups Ja Warte 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 Komm' wieder zurück in die Schlucht vielleicht Oh, hab' ich skelette Ich komm' Äh, die schieß' nicht gegenseitig ab, wie süß Alte hieschne Riesenhöhle Oh ich habe einen Bogen mit Stärke 2 Stärke 2 Bogen, wie geil Ich muss wissen, wer der Barbrust ist Aber ich der Ja, ich der Nächste, ja genau, ja nicht die meine ich Es sind zwei Loops und Kriegen voll viel Ja, wir Ja Ja, wir schon die Störten sind Rauch Ich habe so wenig Steine Aufschwäge Nee, gerade nicht Lass mal hier die Also zufälligerweise Holz dabei Hier sind wir jetzt wieder am Anfall Was brauchst du? Ja, Juli, warte mal, gib mal ein paar Steine Oder hast du ein Stack Steine? Äh, nee, hab ich nicht Ja, warte Komm mal zu mir Hoch Komm mit Hier haben wir mich Hier vorne geht's hoch, also raus Ich habe das hier Die Hälfte Geh mal weg Ja, dann gereicht schon Ja, jo Das reicht, um das scheiß Wasser abzudrehen Du willst du da raus? Warte, ich will hier oben, warte mal, warte mal, warte mal Da Was ist da? Draußen Baum, Holz Nein, da unten hat's noch was Achso, ja, stimmt Du bist der Holzhule, ich denke Du bist der Holzhule, ich denke Du bist der Holzhule, ha, 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 ha Da musst du dir eigentlich alles Toastbrust haben Äh Äh, welches Level bist du überhaupt? Äh, 19, gleich 20 Und wo bist du jetzt hin? Hier hoch Wo? Warte, ich hab mal auf zu sneaken jetzt Ach da, ich seh's Kannst du Kohle aufnehmen? Ich kann alles aufnehmen Ich hab noch drei Plätze frei Okay, da liegt Kohle Ja, ja, sauber Ich würde mal sagen So lang sind wir dann die Oberfläche, oder? Ja Alter, da geht's ja mega weit runter Also nicht weit runter Ja Äh, hast du die Das Gold gesehen, ja, oder? Was für ein Gold? Ich steh'n Den Das, das ich mir jetzt hole Ja, ich muss mir ein Schwert machen Komm Ja, hab ich übersehen, glaub' Geiße, kein Monster Kein Monster, kein Monster Ich hab ein Herz Ey, ich geh mal hier weiter Wo bist du? Wo bist du? Ein, bau mal die Kohle auf Bin da runtergesprungen Bin unter dir Oh man, ich hab Wie viele Stecks Kohle Guck mal da oben Ich bin da oben runtergesprungen Hier Stecks Kohle, ey Hier Stecks Kohle, ey Was ist das? Was ist das? Was ist das? Pass auf, dass das nicht runterfällt Es was Ja, gib mir alles Mein Essen ist voll Und ein bisschen Kohle wäre nicht schlecht Wow, Skelett Oder tu die Kohle einfach in den Ofen Das Skelett hat einen verzauberten Bogen Wow, what the fuck Das hat übelst Rückstoß Und irgendwo ist da gerade ein Creeper What the, na, what the fuck Der Creeper verbrennt jetzt erst mal schön So Ich stehe einer von euch bei uns Am besten in Loverfuck Und am besten der mit den meisten Dias Okay, Skelett ist tot Dann laug ich mir so den Arsch ab Also ich gehe jetzt hier weiter Ähm, wenn du kein Fleisch haben willst, okay Ja, das stimmt Juli, hast du den Bogen bekommen? Nein Janis, komm mal hier durch Da sind zwei Smaragde Hier, hinten drei Smaragde Alter, das wollte ich mir denn ganz Smaragden, Junge Ja, die sind scheiße Wer brauchst du? Wo bist du auch da? Hier Eins Mach mal eins Mach mal eins Mach mal zwei Ich da drunter was? Nein Und mach mal drei What the fuck Am besten wäre jetzt noch ein Spawner und Buch mit Glück, Jonas Ja Skelett-Spawner wäre nicht schlecht Jonas, wo bist du eigentlich? Ja, hier unten Warte, ich komm Hier unten Redstone kann ich nehmen Okay Hier ist nichts mehr, wo ich gerade war Nachher ein Gerät wird ausgeschaltet Was? Was für ein Gerät? Mein Handy Oh Ich wollte gerade gucken, weil ich hatte Facebook und WhatsApp Nachrichten, aber nein Ich hatte eben noch ein Pterl Akku Juli, falls du was zu essen brauchst Ich hab noch fünf Ich hab keine, kann keine Kohle mehr aufnehmen Im Ernst, die schmälte Schäuze Aber ich Ja, ich versuchte, warte, ich geb dir mal Ja, ich hab noch ein paar Ja, da liegt Fleisch Okay, Juli, ich würd sagen, wir gehen jetzt an die Oberfläche zurück Okay Ich geh, äh Also wir müssen in die Richtung, Juli, in die Richtung 139 Blöcke Komm mal her, ich hab noch ein Stück Achso, hast du schon Baypoint gemacht? Ja Ja Muss ich mal weglaufen Ja Ach, und Eisen kann ich auch noch aufnehmen, gell Ja, Eisen kann ich auch Ah, ich hatte noch 33 Schweinefleisch gebraten Gibt's denn was? Nee Ja, warte Du hast noch ein Stack frei, hast du gesagt Ja Wenn ich die Erde wegwerf, hab ich sogar noch zwei frei Da hab ich auch ein Stack frei, weil ich ein verrotetes Schweinefleisch geketze Boah Ja, ich hab auch ein verrotetes Schweinefleisch, glaub ich Oder? Ne, hab ich nicht Ich hab aber einen Leder Leder kann ich nehmen Weil, warum haben wir auf einmal so viel Eisen mehr? Ich Na, ich Ich Also jetzt hab ich zwei frei und wenn ich dann noch Pilze eventuell wegschmeiß Mag schon sein, dass wir alle nicht auf die Reihe kriegen, aber zusammen Also, wie hoch geht das bitte? Das ist dein Team Das ist doch kein Gas Also, ich hab schon wieder Eisen Wo ist der Ausgang, oder? Hier ist noch eine Schlucht Geil Geil Achso, das waren wir Hier hoch, Juli Boah, ich muss jetzt langsam mal kommen Was? Komm mal Wissen du Julian? Ja Wo bist du? Unten Ich geh den unteren Weg Achso, da, ich seh's Hä? Was denn? Also hier rechts hab ich schon alles erforscht Wenn wir die unteren Wege gehen, dann gehen wir gemeinsam Okay Lol, da ist was, da hat irgendjemand anders gebaut Oh, go Ja, hier hinten ist noch der ganze Eisen Achso, das waren wir Achso Da läuft man zehnmal im Kreis Ich bin da gerade runtergefallen Wo bist du jetzt hin? Achso, da Geronimo Dann mach mal Egal, das brauchen wir jetzt nicht schmelzen Äh, hast du fucking 15 noch Okay, das hört zu laut Nein, ich komm nicht Kann man da irgendwie nicht die Helligkeit Höher machen Du kannst die Helligkeit ganz hoch machen, doch Ich hab die schon voll Gold Kannst du Gold nehmen, oder soll ich? Ich kann Gold noch nehmen Ja, warte hier 13 Gold So, los gehen Hab ich auch Brauchst du Fackeln? Ich hab zwei Stacks Nee, doch Gib ja alles Kann man Lapis nicht nehmen? Nee, doch, gib ja Ja, Lapis hab ich schon Bist du da voll? Weil bei mir ist Lapis Nee, ich hab 59 Weisch, ich will nicht unbedingt drauf gehen, wenn da gleich ein Monster um die Ecke springt Ja, klar Ich auch nicht Vor allem beim Creeper Aber eigentlich muss das die Richtung ja aushalten Äh, Eisen hier oben aber auch okay Ja, okay Ich glaub Creeper macht das mit Eisen Richtung plus zweieinhalb Schaden Bist du denn drauf, ey Ist doch gut Ich kann Eisen jetzt nicht mehr aufnehmen Du kannst auch die Eisen gefunden jetzt Du bist Diagirisch, ne? Ja Du kannst kein Eisen mehr nehmen Ich will jetzt auch mal hier finden Lol, du hast Redstone Blöcke gemacht Lol, waren wir hier schon? Wie macht man die? Also die anderen In der Crafting-Box Die sind noch von letztem Mal, die hab ich nicht rausgetan Also wir waren ja noch nicht Ich glaub wir sind irgendwo da wo ihr schon war Ich glaub wir sind irgendwo da wo ihr schon war Also ich will jetzt die hab ich doch grad hingestellt Achso, ja dann kann ich auch machen Warte da Ich glaub wir sind noch immer zu hoch Äh, Krabbel Oh, okay Lass doch mal runtergraben Na